Spannende Musik das bringt mich auch nur wieder an den eingang das bringt mich hierhin was übersehe ich so bringt sich auch nur wieder aus so Das ist halt der Weg hier. Das macht nur hier auf. Das macht nichts hier auf. Das macht hier auch nichts. Und ein Lichtschiff gehen können. So, jetzt sind wir wieder hier. Was ist eigentlich hier? Bringt mich auch wieder nur zurück. Okay. Bin ich echt zu langsam geworden? Wie heißt das Ding eigentlich nochmal? Shaft Control. Okay. Ich gebe die Shaft Control mal auf kurzzeitig. Und zog mir den Weg nach oben wieder. Knochen, Knochen, Schädel, Buch, Schriftrollen, Stein. Das brauche ich jetzt auch mittlerweile nicht mehr. Ich meine gut, es gibt noch viele andere Wege, die da rumführen. Okay. Ich kann jetzt zum Beispiel hier hinten mal aufmachen und da dieses Lachs raus machen. Da. Fuck. Der wird von hier aus zu erreichen sein, denke ich mal. Okay. Ich habe am Kristall ja gespeichert. hoff. Hoffe ich mal. Äh. Ja doch, aber ich habe danach noch ein... Nein, ich habe am Kristall nicht gespeichert. Oh. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da die Golems respawnen. Okay, das Secret da hatte ich. Ja. Buch weg. Ganz viel Knochen und Schädelzeug weg. So, Schriftrollen. Hier hin. Kurz auf den geklickt. Kurz auf den geklickt. Was mich mal kurz interessieren würde. Wie sehen die Horusmin aus? Hehehe. Okay. Ich komme noch gar nicht in die Horusmin, weil ich nun nicht durch die Schriftkontrolle durchkomme. Oh, gut. Okay. 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 ich hoffe das ist der einzige der respon ist und ich wieder eine ganze armee von sehen so können wir es auch machen ja so detention rooms and mineshaft controls genau slack ist nicht schwer also nehmen wir das ruhig mal mit hier sei es nur ziemlich blutig hier seine ausgeblutet und wie ich mir dachte geht es da wohl in den personal storage schwein mhm mhm mach das das nö 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 haben wir so viel airmagic pushes a monster in front of party one space away from the party and stuns them for one second ok is electrifying und der rest ist nix knochen zeug essen und kräuter ja gut wollte ich sagen f5 ist quicksave und dann mache ich erst einmal einen cut bis dann